Spezialfahrzeuge gezogen und direkt zu den Feldflugplätzen gefahren. Spannende Musik Ein Wagen, von dem aus die Flugzeuge unmittelbar mit Brennstoff versehen werden, wird gefüllt. Der größte Teil der Waggonladung strömt in die unterirdischen Tanks des Feldflughafens. Der Rest wird in Benzinfässer abgefüllt. Fertig zum Flug gegen England. Auf einem fahrbaren Schienengestell wird sie unmittelbar zur Ausgangsstation der Küstenbahn gebracht. Mit Hilfe dieser modernen technischen Einrichtung kann die Lokomotive schon wenige Stunden nach ihrer Landung in Betrieb genommen werden. Ein Güterzug für die El Alamein Front wird zusammengestellt. Die Konkurrenz wird angestaunt. Auf der ägyptischen Küstenbahn rollt der erste deutsche Güterzug nach dem Osten. Die Konkurrenz wird angestaunt. Die Konkurrenz wird angestaunt. Untertitelung des ZDF, 2020